Es ist heute Feiertag in den USA, President's Day und dementsprechend New York zu kein Handel und es macht wenig Sinn, darüber zu sprechen, was der Markt heute eh nicht macht. Deshalb will ich euch die Indizes gar nicht erst zeigen. Abgesehen davon hatte ich ja ein etwas umfangreicheres Video zu den Indizes schon vorbereitet, also das jetzt nochmal aufzubereiten, das wäre nicht sehr sinnvoll. Ja, was tun an so einem Tag? Na, die Währungen zum Beispiel mal angucken, denn die laufen ja auch an Tagen wie solche. Wollen wir mal uns den Euro gegen US-Dollar zum Beispiel vornehmen, der ja relativ spannend ist und ich habe hier sogar noch ein paar alte Zeichnungen drin, ich nehme sie nochmal raus. Dann können wir uns das mal angucken, wie wir die herleiten können beispielsweise und dann sehen wir, dass wir ja in einer Aufwärtsbewegung sind. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht, kann man doch sagen. Eine Nachricht, wenn der Kurs sowas hier als Anstieg macht, das doch hervorragend. Ja, aber jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze läuft. Natürlich phasenweise, wie sagt man streckenweise in Ordnung. Also das ist hier offensichtlich etwas, was schon zwischendurch mal ganz gut geht. Insgesamt ist das aber eine Bewegung, die klassischerweise korrektiv ist. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, guckt euch mal an, wie war so die vorherige Bewegung. Vergleicht mal so diese Bewegung, vergleicht die mal mit dieser Bewegung. Einfach so mal so als Gegenling. Dann hat man so ungefähr ein Gefühl, wie der Markt gerade tickt. Das werden wir gleich nochmal brauchen. Und dann sehen wir, dass die Aufwärtsseite klar nach oben geht, aber eben auch klar langweiliger. Viel mehr mit Kursüberschneidungen ist. Sogar intern, ihr seht das hier mit diesen vielen Hin- und Hergezacke. Also da sind sich die Marktteilnehmer nicht wirklich einig. Was soll denn das sein? Also man sieht noch nicht, dass hier der Markt Druck nach oben entwickelt, sondern dass der Markt hier einfach so hoch wäre vielleicht nicht schlecht. Also ihr seht schon, das ist nicht so sehr überzeugend. Und dementsprechend etwas, was wir nicht als Haupttrendrichtung besonders gerne haben oder besonders bevorzugen. Im Gegenteil, wir sind jetzt aber an einer sehr spannenden Stelle, machen wir es mal ein bisschen schicker. Nämlich, wenn man hier mal so halbwegs einen Trendkanal anzeichnet, dann sieht man, dass wir ziemlich pünktlich hier sind. Der Trendkanal alleine ist natürlich null Beweis dafür, dass der Kurs jetzt dieses oder jenes macht. Es ist aber so, dass viele Marktteilnehmer, die eben technisch orientiert sind, an der Stelle mal sagen, warten wir mal, gucken wir mal, was da passiert. Und tatsächlich, das ist so ein Entscheidungspunkt. Solche Levels mag ich immer ganz gerne. Da wird nämlich entschieden, ob der Kurs tatsächlich weiter hoch geht oder ob er sagt, nee, nee, jetzt prallen wir ab und haben eine realistische Chance nach unten. So klassisch wäre ja, wenn er die Unterseite, zum Beispiel den Trendkanal oder irgendwelche Zwischentiefs hier reißt, dass er dann in die Trendrichtung weitergeht. Also, dass wir vielleicht sogar, ich weiß, das hören einige nicht gerne, aber im Moment würde man sagen, die starke Richtung ist nach unten und die schwache nach oben. Also, dass er vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer geht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen früh, das jetzt schon zu sagen, aber die Chance, dass der Kurs das jetzt wieder aufnimmt, ist aus meiner Sicht gar nicht so schlecht. Und da kommt jetzt das mit den verschiedenen Zeitebenen ins Spiel. Wir sehen nämlich hier im untergeordneten Schatten, man sieht es auch hier, aber hier mit ein bisschen mehr Details, dass wir von diesen Hochs, das ist hier oben in dem Kringel drin, nur eine scharfe Abwärtsbewegung haben. Das ist ein erstes Indiz. Das ist noch kein Beweis, nicht irgendwie was, genau so wird es jetzt passieren, aber es ist so ein erstes Indiz, da ist eine scharfe Richtung nach unten. Wenn jetzt der Markt die Antwort darauf findet, in einer schwachen Bewegung, also in einer Bewegung, die dann doch eher etwas weniger ausgeprägt, etwas weniger stark ist, vergleicht das hier nochmal, einfach, dass ihr das so seht, okay, hier ist das die scharfe, sowas wäre eine schwache. Eine andere schwache wäre sicherlich auch eine A, B, C, irgendwie sowas in die Richtung. A, B, C merken wir uns, ist immer ein klassisches Zeichen, wir nicht die richtige Richtung. A, B, C, wenn der Markt dann in die andere Richtung triggert, das ist noch ein wichtiges Thema, dann ist das ein Zeichen, dieses klassische A, B, C, hier ist es sehr wenig ausgeprägt, nicht alles davon handele ich, nicht, dass ihr jetzt sagt, oh cool, der macht ja jeden Trade hier und alles positiv, das ist natürlich Unfug, aber immer wenn ich das sehe, habe ich den Eindruck, okay, es ist wohl eher das die scharfe, das eine dreiwellige, das ein Trigger, das ein Trigger und so weiter. Nicht immer führt das zum Ziel, leider, aber es führt eben vermehrt zum Ziel. Das heißt jetzt im umgekehrten Fall wäre, wenn das hier als nächstes passiert und der das dann nach unten triggert, sehr realistisch, dass das passiert und dann sind wir auf einmal wieder auf dem Weg hier nach unten und dann werden diese Levels auf der Unterseite wieder sehr spannend, werden die dann nämlich auch noch gebrochen, dann sind wir auch ruckzuck dabei, dass wir vielleicht die 1,12 massiv nochmal unterschreiten, vielleicht Richtung 1,11, 1,10, wer weiß. Das wird sicherlich nicht ewig so fortgesetzt werden, aber solange der Markt dieses Verlaufsmuster hier zeigt, ist die Chance dafür relativ groß. Also, das mal im Auge behalten. Wichtig ist vielleicht noch als Hinweis, ich will damit überhaupt nicht suggerieren, ich kann leider nämlich nicht in die Zukunft gucken, dass das jetzt das Nächste ist, was passiert. Das weiß ich genauso wenig wie wahrscheinlich die meisten anderen Menschen auch. Es kann auch sein, dass er erst das macht. Die Idee bleibt die gleiche, ob er das von da oben schon macht oder ob er das hier unten macht, ist immer die gleiche. Da haben wir die scharfe Richtung, die Korrektive, dann eben die Fortsetzung vorzüglich zu handeln. Und vorzüglich heißt, es ist nie sicher, aber ich muss das so häufig wiederholen, ich weiß, damit nerve ich einige auch schon. Nur, ich möchte nie irgendwie den Eindruck schaffen, wenn ihr das macht, könnt ihr nur noch gewinnen. Das ist nicht das, was ein Händler kann. Ein Händler sieht Situationen, die eher in die Richtung weisen, die dann nachher die richtige Richtung sind, sodass man sagen kann, die Hälfte der Trades war wieder negativ, aber halt immer nur klein negativ, wenn die gute Seite halt groß positiv war. Und in diesem Fall jetzt noch länger, das wissen wir ja nicht, wo jetzt die genauen Korrekturen sind. Das heißt, dass wir dann ein relativ gutes CRV oder Chance-Risiko-Verhältnis da eben rausholen. Das geht übrigens nicht nur bei den Währungen, das geht natürlich bei den Indizes, das geht bei Aktien, bei Edelmetallen beispielsweise, aber eben auch, wie gesagt, bei den verschiedenen Währungen. Und da ist vielleicht noch ein Hinweis, wenn ihr sowas habt, der Markt jetzt, wie hier zum Beispiel Euro gegen Jens, guckt mal selber drüber über den Markt und ihr seht so eine Bewegung und der Markt triggert das, dann habt ihr eine realistische Chance, dass sich das noch fortsetzt. Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr das auf einer kleineren Ebene, dann müsst ihr gar nicht auf diesen Trigger warten. Dann kriegt ihr auf einer kleineren Zeitebene irgendwo eine scharfe Bewegung, etwas, was wackelig runtergeht, habt einen Trigger und mindestens mal die Voraussetzung, dass sich das nochmal fortsetzt. Das ist vielleicht ja sogar deutlich mehr, aber sowas in der Richtung. Also das ist natürlich jetzt, ja super, hast du was aus der Vergangenheit gefunden. Aber mein Credo ist, guckt euch das mal an, wenn ihr die Dinger sucht und wenn ihr die findet, dass ihr dann sagt, ah, okay, jetzt habe ich eine Idee für die Richtung, jetzt habe ich eine grobe Idee, wie weit das Ganze eben noch mindestens mal typischerweise tragen sollte und kann mich daran orientieren. Interessant ist vielleicht noch, dass wir das Ganze in beide Richtungen spielen können. Denn es gibt durchaus die Möglichkeit, häufig werde ich gefragt, Mensch, sag mal, bist du eher long oder short? Hier bei diesem hier, US-Dollar gegen Yen. Ja, beides. Ich suche zum Beispiel nach Shorts. Warum suche ich nach Shorts? Schub runter. Wenn der jetzt wackelig nach oben kommt oder alternativ ABC nach oben kommt, dann haben wir exakt das, was wir eben besprochen haben, nur ein anderes Währungspaar, andere Größen, andere Levels, aber das gleiche Prinzip. Ja, also short. Ja, Moment mal. Wenn ich hier im 5-Minuten-Chart beispielsweise gucke, dann sehe ich, dass wir im Wesentlichen so auf der Aufwärtsrichtung unterwegs sind. Wenn er jetzt hier eine ABC runter macht, dann suche ich nach Longs. Ja, also streng genommen sogar die gleiche Länge in etwa nochmal. Nicht so kurz, wie ich es jetzt hier gezeichnet habe. Aber es hängt auch ein bisschen ab, wie tief dieser Rücksetzer dann eben sein wird. Dann kann ich ungefähr mir ausmalen, wie hoch das dann da hinten nochmal geht. Ihr seht also, boah, ist da mutig. Beide Richtungen. Wobei ich sagen muss, das beißt sich ja noch nicht mal. Ich erwarte doch jetzt sowieso das. Ja, das, was ich hier gezeichnet habe im Kleinen, ist doch ziemlich genau das. Das heißt, die Bilder passen sogar zusammen. Und ich kann mir jetzt überlegen, ob ich im 5-Minuten-Chart überhaupt handeln will oder ob ich sage, na komm, dann muss ich ja vielleicht dreimal am Tag hier nochmal drauf gucken. Ich muss gar nicht alle 5 Minuten gucken, weil bis der da unten ist, das zieht sich ja noch. Vielleicht ist das sogar erst morgen früh. Ja, und hier muss ich vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht überübermorgen erst wieder drauf gucken. Also bitte nicht irritieren lassen. Oh Gott, Intraday gucke ich nicht, dann muss ich dauernd. Nee, müsst ihr ja nicht. Es geht ja nur, dass ihr die Struktur intern erkennt. Ich hoffe, dass das so ein bisschen einen Hinweis euch gibt, wie wir da drauf gucken. Auch wir können nicht über Wasser gehen, wir können nicht zaubern. Auch wir wissen nicht, was sie zukommt, bringt. Aber als Händler wissen wir eben, wie wir, naja, wohl eher damit umgehen müssen oder sollten, damit wir, na, die etwas besseren Chancen haben. Und ich sage es bewusst so vorsichtig, nicht die absolute Sicherheit, sondern die etwas besseren Chancen. Es geht um diese kleine Nuance, die schon ausreichend ist, um mit einer Vielzahl von Trades eben in der Summe letztlich dann doch positiv dann da rauszukommen. So, ich hoffe, dass das euch ein bisschen inspiriert hat. Einerseits die Währungen auch mal anzugucken, auf der anderen Seite hier vielleicht bei diesen konkreten Beispielen. Und dann schauen wir mal, was sich hier noch ergibt. Ihr kriegt ja noch neue Trading-Ideen immer wieder auch von mir. Also schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.